Willkommen hier zu einem kleinen Event-Fazit. Es ist schon ein bisschen spät, deswegen muss ich ein bisschen leise reden. Meine Eltern schlafen schon und meine Brüder auch schon. Ja, es geht um das Geburtstagsschmoz-Event, das Geburtstagsevent Teil 6. Ja, es gab hier einen Kuchen zu gestalten mit mehreren Gewinnen. Hier sieht man zum Beispiel, ja, Oelle gab es, da gab es noch Phönix, hier noch ein paar Sachen, Items natürlich auch. Die werde ich euch jetzt auch noch zeigen nachher. Also das Video wird nicht so wirklich lang gehen. Ja, man musste nach und nach freischalten, dass man die außenrum machen konnte, die Kuchenstücke essen konnte sozusagen. Es gab eine Event-Pflanze bei diesem Event. Ja, die zeige ich euch auch noch schnell. Eben, das ist nämlich einmal diese Pflanze, das ist die Kichererbse, dauerte 6 Stunden. Außerdem gab es noch ein Troop-Items. Das sah so aus. Sonstige. Das ist das Dach, das Spritzbeutel kam auch noch, kam aus den Feldern, Pflanzen überall raus. Ja, und jetzt zeige ich euch noch die Items. Die Wunderhand haben wir leider nicht geschafft. Ja, einmal sehen wir hier das Pharma-Rama-Geburtstag 2016-Item. Das finde ich richtig geil. Das ist sogar mein Lieblings-Item. Dann gab es außerdem die Überraschung. Hier ist eine Torte. Und dann noch zu guter Letzten festliche Klonerei. Ja, ich hatte das Problem, warum ich das Video jetzt erst aufnehme. Ich bin ewig nicht in die Farbe. Ich komme keine Ahnung aus welchem Grund. Bei Safari nicht reingekommen. Jetzt bin ich bei Chrome drin. Und da bin ich jetzt reingekommen, komischerweise. Und dann noch das Geschenk, das man einlösen konnte. Das zeige ich euch auch noch schnell. Ich hoffe, ihr habt das gemacht. Konnte man über die News-Seite, konnte man sich ein Sondergeschenk holen. Wie lange man schon auf der Fahne dabei ist, so ein Geburtsgeschenk. Ich bin seit 2010 dabei. Das sieht man hier. Deswegen die Jubiläumstorte. Und jetzt kommen wir noch sozusagen zur Note, zu diesem Event. Ich fand dieses Event ja nicht ganz okay. Eine coole Idee, mal was anderes zu machen. Ja. Aber ich würde nicht sagen, das war nicht das Allerbeste. Deswegen gebe ich Ihnen Note 3, weil es coole Preise gab. Party Trees, Stahlmeister, die werden in den nächsten Wochen noch folgen. Oder die Wehle. Außerdem wird nächste Woche das auf jeden Fall abchecken. An unserem Kanal wird ein fettes Party Trees Video kommen. Mit dem neuen Ding Party Trees. Ja. Dann würde ich sagen, das war es dann auch für das kurze Event. Und ich wünsche euch einen schönen Montag. Das Video kommt nämlich morgen am Montag online. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.